Moins Seien und willkommen bei Staffel 24 mit der Folge 34 genau mit Jutsen und Energetics und Ragnar? Hallo, guten Tag. Wir haben jetzt alle vorbereitet, wir werden, geh lieber weg, ich wollte den Plug machen, Alter. Ach, seh nicht. Oh, kack, oh, kack. Wir machen jetzt alle Platz. Ey, komm, springt, springt runter, ich hab das, keine Bock hier wieder zu landen. Äh, aah. Äh. Dann ist es da, ist es, nee. Ich wollte nur einen Plug fahren und wir noch mehr Zeit verlieren. Äh. Was? Habe ich umgebracht? Äh, nee. Aber? Jetzt bin ich... Was? Nix. Ist er in den Spikes gefallen? Nein. Mann, ey, ich bin extra. Hm. Als letzter hoch und hab alles zugemacht. Ach, schön. Jetzt klau ich den Pferden Mais, ist mir scheißegal. Was macht er? Jetzt klau ich den Pferden Mais. Ja, macht das mit. Wir haben Pferde. Mögen sie doch verrecken. Ey, ey, die haben uns schon geholfen. Die haben uns die Lüge tragen. So, alles rein. Ja, los. Alle drinnen? Nee. Ja, doch. Oh Gott, ey. Das ist aber ein störrischer Block, dieser Zug, ey. Da kommt was Großes Rundes. Was? Da kommt was Großes Rundes. Ach so, ja. Das ist mein Ei. Hast du gut eins? Die Explo Money habt ihr hoffentlich, ne? Ich hab Explo Money und ihr habt Explo Money. Wir haben in die Kiste getan bereits. Ne, mein Scherz. Okay, Achtung, hier rechts können wir die Kiste drücken. Ja, ich hab's gelootet. Das ist schon relativ lange, aber ist ja auch egal. Wer soll uns denn schon stoppen? Ja. Jetzt geht's gleich. Haben die ernsthaft einen kleinen Mini-Compound für ihre scheiß Öfen gemacht? Ja. Hab ich aber schon erzählt, wo wir jetzt vorhaben? Ich glaube nicht, ne? Wir wollen Raiden gehen, so. Wir haben da eine etwas dickere Base gesehen. Und wir werden auch noch mit den Flammwerfern kleinere Putzen aufmachen. Ja. 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 Da riecht es auch so ein etwas. Keine Ahnung. Hat der da Haku? Hat der da Haku drauf? Ja, ja. Der links hat da Haku drauf. Hat sich da einen Baum eingebaut? Ja. Ja. Der ist da zu früh. Alter, der rechts hat eine Flugabwehr. Nö. Nein, das ist ein Windrad. Okay, das ist auch so ein Flugabwehr. Wäre auch eine interessante Flüge. Ah, zu viel. Ja. Boah, der anguckt bis jetzt sofort. War die Halicum vorhin schon da? Ja. Das hab ich auch vorhin schon gesagt eigentlich. Ich glaub eh eine, perfekte Landerung. Ähm. Ja. Ne, nicht wirklich. Ja, warte. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Hör. Alter. Ja. Geh weg. Ja. Geh doch runter. Alter Schwede, geh weg hier. Das wird wiederum. Man, ich musste mal anfliegen jetzt hier. Scheiß Ding ist das so. Alter, dieser fette Kack-Heddy, Alter. Behinderter Kasten, ey. Träge, Sau. Frisst du dir zu viel? Völlig nützlos. Geh lieber weg, Kackner. Ich seh's auch schon kommen. Dein Kopf guckt nur raus und dann... Mach dich lieber weg, ohne Scheiß. Die Spieler sind aktiv auf 2,30, gucken gerade durch die Shopfront und ein kleiner Heddy steht vor deren Base. Wollte ich nur mal gesagt haben. Oh! Ich bin draußen. Auf 2,30? Ja, die Metall Base. Na gut, ihr habt keine Bolter, aber die stehen hinter der Shopfront. Alles klar. Haben mit der Flugabwehr, die mit der Flugabwehr. Genau, ja. Und haben ein Heddy unten vor der Tür stehen. Ja, dann pass auf. Dann gehen zwei rein und pick mich schon mal los. Und ich bleib hier oben und pass mit der Bolter auf. Okay, so machen wir das. So, warte mal. Ich werfe euch die Picken hin, Achtung. Meine, meine. Deine, deine, meine. Deine, gut. Ich habe jetzt vier. Ich habe dann drei. Würdest du hier vorne rein oder wir müssen hier hinten rein? Das ist ja scheißegal, Alter. Du musst hier an den Tag lassen, Alter. Ich hätte sie nicht angreifen können. Sind sie Eier an. Stell dich doch am besten nur auf die Treppe. Schau dir in den Kopf. Ach. Der hat ein Hes mit an. Wenn ich den einmal in den Kopf treffe, dann ist es finit. Der Musiker. Ich habe da schon vertraut. Du bist schon ganz, ganz toller PvP-Spieler. Ja. Hast du selbst gemerkt, dass du das nicht bekommst, um zu reden, ne? Ja. Ich habe mich mal schluckt gerade. Ah, wir brauchen einen. Wo? Der Jules weiß das jetzt hier an. Okay, zwei Spieler. Warte mal, ich werde mal nachflammen, deine Waffe ist noch da. Ja, die haben die Sam-Site-Card angemacht. Ja, ja. Nein. Ich dürfte eigentlich, wenn ich direkt durch starte, nicht an meine Reichweite stellen. Ach Quatsch, das ist weit weg. Alter, ich muss lachen. Eine Sam-Site von uns hier, die hinten steht, hat letztens einen runtergehoben, also angegriffen, der auf der Straße gegenüber von uns gefunden ist. Die hat schon richtig heftig Reichweite. Ja, das wird schon. Ja, 355. Geht schon gut drauf. Er zielt die ganze Zeit durch seine Schopfe. Was ist das für ein Typ, ey? Keine Ahnung, vielleicht... Oberförtlich bloß einfach. Man denkt sich so... Boah, was ein Boy, ey. Oh, sind das für Geile-Skins, die alle hat. Oh, die Mühle-S... Ja genau, das würde sich denken. Jetzt stehen sie zu zweit und aimen auf mich. Ja genau. Idioten. Aber die haben... Also wenn du da eine Brand-Rocket hättest... Oder zwei... Die haben nur Solar-Penals. Oder halt einfach aufs Kackleitern und kaputt klappen. Oh, ich glaube gleich kommt einer raus. Da muss ich mal eine Batterie haben. Hätte ich Raketen, ey. Und hätte gesagt, komm lass uns... Da ist mir da Online-Rate lieber als die Pensionen sogar noch. So wie vor dem Warp. Komm, wir fliegen mal mit dem Heli. Oh, da sind welche. Da auf dem Dach. Los. Sturzflug, Attacke. Wie, jetzt? Ja. Oh, jetzt kommt da raus der. Hit. Oh. Ich warte. Dropschuss. Down. Ne, der ist hinter... Der ist hinter... In dein Baum. Bisschen problematisch gerade. Ja, passt auf, dass der von links in die Flanke fällt. No worries. Oder von hinten. Nochmal Hit. Oder von hinten, ja. Quatsch, der hat ja die Seite gewechselt gemeint. Ich will das nicht bemerken. Hm. Du musst ja den Chat beobachten vielleicht. Sollen sie rum. Ey, Raid und... Warte, warte, warte. Ah, diese Scheißgabe, ey. Weißt du was? Ich geh jetzt oben auf dem Handy drauf. Na grad einer gefressen. Hä? Da hat er ein Pferd gefressen. Da hat er ein Pferd gefressen. Da hat er ein Pferd irgendwo. Ja, ich glaub schon. Die haben mir so eine Schüttelfränke... Dingens... Ja. Ja. Ich glaub auch, dass sie eine Bolt haben, weil der Typ ist bestimmt rausgerannt am Bolten. Kannst du dich in den Heli stellen? Hast du noch mehr Schüttel? Hab ich. So. Ich bin jetzt eben grad rausgegangen, um oben drauf zu springen, um einen höheren... einen besseren Überblick zu kriegen. Also ich habe... nichts mehr zum Hacken. Ich muss jetzt... Ragnard, weil ich mach nicht was. Meine Fresschen. Was denn hier? Die Schopffront? Was ist denn da eine Schopffront? Ja, mit der Bolt sehe ich das. Auf 2,40m halt. Ja, ganz... Ah, da oben. Ja, A heißt... Der Typ ist wieder drin. Also haben die 2 Eingänge. Hm, er traut sich nicht mehr raus. Hm. Könnte man ja abfangen, ne? Jemand, äh... Unbemerkt runterspringt, rumrennt, hinten wartet. Ja, oder man mit dem Heddy losfliegt und einer fliegt... Oder meinst du das? Und einer springt halt hinten, ein bisschen weiter weg raus? Ja, oder so zum Beispiel. Dreck, da bin ich schon ein Schockertwerk. Alter, das ist ja kaputt. Oh ne, Garagetube. Oh ne! Blödmann! Alter! Ey! Hast du den weggelegt? Du bist doch den gleichen Weg heruntergegangen. Ich bin aber leider rechts wie der Schackertwerk. Ich guck mal, wo ich respawne. Ich nehm ich Glück und spawn da oben. Ja, eventuell hast du vielleicht Glück. Natürlich. Ich bring dann mal die Schackertwerk weg, ne? Ja, danke. Bitte. Du hast aber auch nichts gesagt von der Schackertwerk. Ja, muss ich denn was sagen? Du hast doch eigene Augen. Ich bin dir gefolgt und mich hat's erwischt. Aber haben die nicht mal einen Code-Lock an dem... Äh, warte mal. Oh ja, jetzt bohr ich euch nicht, okay? Das haben sie. Ah, lol. Du hast ja gesagt, der hat keinen Code-Lock, ne? Also, ein Tor hat keinen Code-Lock, der andere hat einen Code-Lock. Das ist die Frage. Ich glaube, ich geh durch die Decke am besten. Typ ist wieder draußen, unten. Brauchst du Hilfe? Nee, nee. Alles gut. Tja. Was soll ich machen? Soll ich schon mal losbooten? Äh, was ist unten, Alter? Ich hab doch heute Kartoffeln im Sack, ey. Okay. Ja komm, ich fang schon mal an zu sprengen, jetzt. Verschwenden wir hier noch mehr Zeit. Okay, Eiberstein alle? Ja, mach. Ja, 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 ja. Äh, extra money. Keine Einwände. So, warte mal. Wo geh ich denn rein? Äh, am besten, am besten, äh, eins, am besten, na. Das Problem ist, du bist hier, oder? Oh, Alter, was ist das hier? Alter, hast du mich gerade erschreckt. Ja, tut mir leid. Ich hab selber noch vergessen, ein Dings mitzubringen, ey. weil dann können die jetzt ja auch so einfach der eine ist draußen draußen ja ich höre dich hast du einen heli gesehen irgendwo unterwegs der wasser Ich habe auch noch einen. Also zwar nur insgesamt einen, aber... Hat der da schon Expoarmu drin? Ja. Oh, wie diese Verschiss... Der zweite Typ ist auch nicht mehr vor der Shopgun. Äh, Shopgun jetzt Front, genau. Ja, Shopfront. Aber, die haben halt, wie gesagt, auch nur einen zweiten Ausgang, glaube ich. Das heißt, keine Ahnung, wo die jetzt genau sind. Die werden jetzt irgendwo sich zusetzen und bohnen gleich, was auch. 26 noch. 68. Was? Ich glaube, ich bin so verzogen, Alter. Ok, bin im Blutraum. Ist das wieder draußen? Wo denn? Siehst du nicht? Auf dem Dach, nein. Headshot down. Nice. Okay, guck mal, Lea... Äh, Leitern dran? Ist das einer von euch? Nein. Ich, 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 ich. Oh, Alter, wir könnten jetzt schnell hin und von denen die Bolt holen. Ja, willst du denn, oder was? Ich weiß nicht. Uh, oh, du bist ein bisschen so... Er ist auf jeden Fall... Ah, nee, 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 jetzt ist er full down. Also, dann wird er jetzt eh spawnen zu spät jetzt. Oh, eine Kiste voll Kohle? Oh, das ist... Kiste voll Kohle? Oh, das ist nice. Wollen wir das auch nicht, äh, zu verachten? Alter, Uli, was hat sich nur bei uns verändert, dass wir uns über Kohle freuen müssen? Ja, wieso, wir soll freuen? Ich hab jetzt einmal Grubbel getötet. Und hier liegt der Dragonlord. Ja, ich hab mir den Glück nicht hoch. Hm, glaub'n Stoff, Zahnräder. Ist das schon echt die ganze Lut? Ich weiß nicht mehr. Aber kommt hin. Leder haben wir hier. Ah, guck mal, die haben's ja sortiert. Zulfur, Ohr, Wrex. Ich bin da. Okay. Warte, ich komm hoch und decke euch. Gib mir mal die Sandy. Ja, die ist er, genau. Gut, gut. Muni. Äh, pack mal ein bisschen Lowgrade rein, bitte. Äh, ja, ist drinne. So, wo kann ich die sehen, Alter? Die waren an ihrem, äh... An der Shopfront waren sie die ganze Zeit, aber da sind sie jetzt nicht mehr. Ja, aber auf dem Dach müsste noch die Leiche von dem einen liegen. Ja, liegt auch noch da. Bin drin. Haben die was zum Essen da drinne? In der Shopfront ist wieder einer. Ja, Achtung. Geh mal die Treppe runter jetzt. Okay. Hätte ich nie was anderes gemacht hier. Sind beide da, Alter. Du hast mich jetzt fast runtergedrückt, ne? Ich kann es da einfach rein, oder? So, hier. Ja, du kannst einfach rein, jetzt. Da ist die Bolt. Was für Mutti war das? Hier. 5,56er. Ja, genau. So, dann packe ich mal, äh, das Wichtige. Hier ein, die Sulphur auf jeden Fall. Ach ja, jetzt ist die Breite für den Shopfront wieder gut. Schwefel haben wir hier. Steine scheißig drauf. Da spiel ich mit. Wirst du mal die Waffe? Äh, ja. Hier, äh, waffe. Komm, 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 komm. Belegst du die auf den Boden hier? Danke. Tja, ich bin nicht überzeugt davon, ob der Tealet ist. Haben sie jetzt zufällig irgendwas zu essen? Ja, hab ich doch gesagt, da oben. Da, ja, ich bin schon richtig da. Oh, wunderbar. Äh, Jules, kommst du, äh, nehmen wir mal. Erst mal Rad nach vorne machen, dann kommt Jules runter. Ich decke oben. Äh, jetzt ist die Tür aufgegangen. Gut. Bei den. Scheiß, wie ich schlafe. Hit. Lol. Wie schießen die auf sich mit Expo? Ja, ich glaube schon, ja. Fuck, das war kein Hitchhirt. So, was brauchen wir denn? Ähm. Hier vorne für der Akku. Apu und ein geschmolzenes Aune. Ja. Stattkrips hier. Oh, Essigurka. Es ist unfassbar. Hast du die jemals gegessen und mussten kotzen? Äh, ja, letztens war einmal soweit. Oh, Geschütz, Geschütz ist hier wichtig. Ja, was meint ihr? Können wir noch mal ins Tiva gehen? Ich weiß halt echt nicht, ey, ob das hier alles sein soll. Der Bauschank ist ja auch noch da. Ja, eben. Wie viel Expo haben wir denn noch? 50 Schuss habe ich hier. Wie fährst du noch das? Oh, mal ein bisschen weg, ne? 168. Ja, pass auf, dann gehen wir nochmal runter. Scheiß drauf. Oder was sagt ihr? Ja, mach mal. Entschuldigung. Entschuldigung, was meinst du? Äh, keine Ahnung. Guck dir doch mal ein bisschen um hier. Ich kann mich anschützen. Äh, warte mal. Warte mal. Brauch ich die Bolt gleich. Hier, nimm mal bitte das, das und das. Dann gib mir mal die Bolt. Äh, hier. Hast du einen Money? Ja, ja, hab ich. Uli, hast du irgendwo seine Sprengkraft gefunden da unten? Sulfur oder so? Ja, ja, Sulfur habe ich. Okay. Ich habe 8K oder 9K oder so. Was ist denn das für ein Lootraum? Ja, wo haben die denn immer geschossen? Oben raus oder unten halt raus? Das ist ja Doppeltür. Brauchen wir Leder? Ich nehm' mal mit. Ich nehm' mal ein Tausender Stack mit. Es fehlt einer. Wo ist denn der andere jetzt schon wieder hin? Mhm, dann pass auf, dass der nicht gleich unten rauskommt. So machen sie es nämlich eigentlich die ganze Zeit. Einer oben, einer unten dann. Äh, den Jackhammer nehm' ich mal. MP5. Money. Die Money noch. Äh, die Granate nehm' ich auch mal mit. Das kann nie verkehrt sein. Mhm. Shotgun Trap? Boah, warum nicht? Warum nicht, ne? Computer, Kamera? Ich weiß nicht, brauchen wir noch Scrub? Ich glaube eher weniger. Scrub brauchen wir weniger. Das ganze Elektrozeug wäre nicht schlecht. Zum Schreddern ist ewig viel Akku. Hm. Metallfragmente? Ja. Das ist alles. Fürs Kräften, naja, brauchen wir halt. Ich hab' jetzt noch einen Platz frei. Warte mal, ich kann auch die... Das Knochen ist erkannt weg. Die Kohle kann ich mitnehmen auch. Soll ich die Repairbench wegmachen oder mitnehmen? Nee, ich kann's wegschmeißen. Dann Schass auf. Das muss ein bisschen Holz, ein bisschen Metall. Ich würd eh sagen, Odi, dass dann einer hier bleibt und zwei bringen werden. Die Leiche wurde jetzt mal gedootet. Haben sie schon die ganze Zeit gedootet? Ja, jetzt ist sie gespondert. Ähm. Einer bleibt da und zwei bringen weg. Ehrlich gesagt, weil wir schaffen nicht alles auf einmal. Ja. Naja, es wird dunkel. Von mir aus kann man jetzt so machen. Wer bleibt hier? Genau. Echt, ich müsste ja nicht da bleiben. Ich bleib hier. Ich bleib hier. Du bleibst hier? Ich bleib hier. Du kannst besser... Ach, du musst... Ich muss ja da bleiben mit den Aufnahmen, damit Action ist. Ach so, ich hab' verstanden. Ich hab' genau das Gegenteil verstanden. Deswegen hab' ich gesagt, dann bleib hier. Warte mal, warte mal. Dann pack' ich euch mal den Sulfo hier rein. Ähm, komm, Holz pack' ich jetzt erst mal hier oben in die Kiste. Guck mal, da liegt alle voll Sulfo jetzt. Ja, ich weiß. Ich bin auch schon hübsch. Ich nehm' erstmal Kohle die ganzen mit. Ja. Ich nehm' jetzt das mit, was ich drin hab. Das ist alles wichtig. Dann müssen wir nochmal zurück. Das ist jetzt sowieso. Aber warte mal, ich kann nicht die Expo-Muni hier lassen. Die brauchen wir ja noch dann, oder? Die kannst du hier lassen. Die brauchen wir nochmal. Wir gehen noch einen tiefer. Der Bauschrank, der ist noch nicht da. Dann nehme ich nur das mit und so. Oder sag' dir lieber ein paar Putzen aufmachen. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob sich bei der Base-ATC wirklich lohnen wird. Na dann haut ab. Ähm. Die sehen wie es könnte mit dem, könnte reparieren. Irgendeiner kann bestimmt reparieren, oder? Ich hab' ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll, ja. Ich hab' nicht mal Lowgrade, aber das ist ja im Hedi, glaub' ich. Der lasst halt zwei, äh, irgendwelche zwei blödsinnige Sachen noch da. Na. Ähm. Hier, Bandagen einmal weg. Ne, ich hab' schon, ich hab' schon, ich hab' Platz jetzt für zwei. Was? Dann zwei bitte. Ja, dann ich nehme aber noch einmal, ich nehme noch einmal Kohle mit. Okay, dann lass' ich noch eins da. Das kann ich dann lassen. Gut. Einmal Kohle noch, oder Metall eher? Ja, ist doch egal, kommst ja eh wieder. Ich komm' auch wieder. Äh, die sehen wie es dann nicht. Dann reparieren wir wieder mit dem, oder? Ja, und die Schallen fand ich vergessen zu reparieren. Ja. Weißt du, dass sie nicht könnten müssen? Ne, einer ist fast kaputt. Go, go, go. Bist du schon drin? Ja. Ich stell' mich hier hin und warte und wenn sie kommen, erschieß' ich sie. Ah fuck, wo ist denn nochmal die Base? Scheiße. Welche Base? Ja. Richtung Südosten. Achso, unsere Bills. Ich hab' mir grad schon Klinge gesetzt, alles gut. Ich verwette mein Arsch, komm hierher, guck mal, ob das so gut ist. Hm. Keine Pistel-Munni hier, ey. Na, hättest du mal was gesagt. Warte, ich hab' welche mitgenommen. Warte, ich hab' welche mitgenommen. Ich hab' welche mitgenommen. Ich hab' welche mitgenommen. Automatik. Ach, wobei, ne ohne Solarpanel schwierig. Ich bin jetzt grad' an Hunger gekommen. Ich hab' den Sulfur nicht mitgenommen, seid ihr bescheuert? Hä? Hä? Wo war dein Sulfur? 2, 4, 6, 8, 10. Ja, äh. Mach doch erstmal hier in die Starter, in die Dropboxen. Ja, ich soll natürlich die Semis-Clay reparieren. Achso, sorry. Deswegen bin ich hier verletzt. Ach, leute, leute, leute. Du hast gesagt, repariere die Semis. Ja, ja, ja. Ich mein' ja jetzt wegen, hier, Sulfur, alter. Aber immerhin hat sich's noch wenigstens gelohnt, diesmal. Ist denn eigentlich so auch ein Licht drauf? Natürlich nicht. Ich hab' auch bloß die Thompson ohne Licht, sehe ich gerade. Hm. Ich verlieg' gerade, ob ich jetzt Schluss mach' mit der Folge, geht's schon eine halbe Stunde. Wir raiden ja weiter noch, ne? Hm. Denk' ja, oder? Ja, dann komm, lass uns, äh, Schluss machen. Dann sag' ich jetzt tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.